Albert Camus, Nemesis Es kommt vor, dass die Liebe tötet, aber ohne eine andere Rechtfertigung als sie selbst. Es gibt sogar eine Grenze, wo einen Menschen lieben gleichbedeutend ist mit allen anderen Töten. In einer gewissen Sicht gibt es keine Liebe ohne persönliche und absolute Schuld, aber diese Schuld ist einsam. Der Alibi ist der Vernunft beraubt, ist sie schwer zu ertragen. Man muss allein entscheiden, ob man liebt und man muss allein die unberechenbaren Konsequenzen der wirklichen Liebe auf sich nehmen. Dieser abenteuerlichen Einsamkeit zieht der Mensch ein laues Herz und eine Moral vor. Er hat Angst vor sich selbst und für sich selbst. Um sich zu schonen, lehnt er dann seine Verfassung ab und es ist sein größtes Anliegen, eine Rechtfertigung zu finden, um die Last seiner Schuld ein wenig zu erleichtern. Wenn man schon schuldig sein muss, dann wenigstens nicht allein.